Musik 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 Ja, mit was Mit was fahr ich denn? Ich will immer noch fliegen Nein! Lass mich! Musik 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 Ich sehne mir das Fliegen wieder herbei Musik Wie viele brauchen wir noch? Fünf Jetzt kurz Dürrk Wird aber weit später in der Serie träglich Och, ich hoffe es Zur Zeit kann ich ihn eher weniger leiden Aber seine Rüstung ist cool Eigentlich achte ich zur Zeit nur auf Wo ist vorhin Wobei ich von meiner auch begeistert bin Musik Wobei ich von meiner auch begeistert bin Musik Musik Ich hab ja so ein bisschen die Hoffnung dass Kaya diese Woche noch mit äh, also noch mit gespielt Habe ich nämlich die Chance meinen Heirat zu lassen Ich glaube ich erst Stufe 26, oder? Ja Ja Rufe 26 Mäh Da hier Wir sind zurück Ihr seid zurück Wie ist es euch ergangen? Ja, also da war so ein großer Fuzzi mit vier Schwertern Und er holt uns, äh, für Möbeln Hm, wenn dieser Ravanna so viel auf seine Kriegerehre halt wie er vorgegeben hat dann gilt die Abmachung hoffentlich Davon gehe ich aus Äh, Adai hat jemand einen großartigen Kampf geliefert und mir das Leben gerettet Danke, das werde ich dir nicht vergessen Oh mein Gott Ich find die Rüstung mega cool Aber ich find die nervig Wobei Afino mag ich auch nicht Zumindest manchmal nicht Mal ist auch ganz okay und mal Der Kleine war ganz krank vor Sorge Weil es so lange gedauert hat Bis ich ständig auf die Lippen und stieg von einem Bein aufs andere Ich war darauf und dran, ihm ein paar Märchen vorzulesen So unerträglich war der Anblick Ist hin hier Ich sag's ja nur Wie auch immer Wie auch immer Die Bedrohung durch den Prima-Eli der Gnad wäre beseitigt Wir sollten schleunigst wieder auf Nia davon berichten Um Nitox-Angriff zu unterbinden müssen wir Hm, auf unsere Seite ziehen Unsere Zeit ist zu kostbar für Kinderrein Ich kann den Namen nicht aussprechen Es tut mir leid Hacke dich immer so oft in dem Arm Alphenorum Drachenreiter Er mag nicht so abgebrüht wie du sein Doch er hat das Herz im rechten Fleck Ja Abschließen Juhu Oh, reicht hier Geschwindigkeit, wo du da hört Geil Na, was krieg ich von dir? Nähä Jetzt Elon hat einen Hasscharakter Wenn er ist Alphino Mit seinen Plänen Die nie klappen Zumal das ein Mädchen namens Wie ist denn das Shadowbringers Torion J Oh Gott Ah Ich freue mich Ich freue mich einen Keks Ja, aber Alphinos Pläne waren immer so super Ja, die waren 1a Top Dann kann man sich doch nicht beklagen Oh, Winteretagfälle Ja Ja Jetzt muss ich nur noch den einen finden, der irgendwo anders rumlungert Und die zahllosen Nebenaufgaben Ja, wenn ich jetzt wusste wo der andere ist Dauert Ewigkeiten bis ich in die Richtung unterwegs bin Das dauert aber auch Ewigkeiten bis ich da unterwegs bin Ja Wie komme ich da hin? Wie? Wo muss ich hin? Ja Nordwest Ja, das ist das Das ist da Wie ist das? Ja Wie ist das? Ich komme nicht da hin? Ja, vielleicht Was hab ich denn hier noch an... Das sind zwei mit Wind-E... Also eine mit Dingens. Was ist das Wind-E-Bahn? Eine freie Wildbahn. Äh, wie längst du bist heute? Bestimmt noch ein bisschen länger. Von der Entscheide kann ich dir beim Hilfen, wenn du magst. Ohne Gewehr. Also ich habe zumindest vor, bis... Ja, 23.00 Uhr, so im Dreh mindestens, wahrscheinlich sogar länger. Es sei denn, ich werde plötzlich müde. Wie am Samstag. Da ging es bei mir relativ schnell, das lag aber an der Hitze. Also bis 0 Uhr auf jeden Fall. Weil bei FFXIV ist es immer so... Sucht. Wir wissen, wie es weitergeht. Große Sucht. Wahrscheinlich werde ich zwischendurch noch... Ein paar Innis laufen. Hm. Ne, warte, hier ist es. Ich habe hier ja heute noch nichts Großartiges gemeistert. Wo sie nur machen. Aber wir haben Samstag schon nicht getan. So, warte, wir machen einmal ganz kurz die Innis-Quiz fertig. Würde ich sagen. Lass mich da einmal hin. Habe ich da Innis gehört. Ja. Hast du. In der Tat. In der Tat. Das da war klasse. Mal gucken. Ansonsten schreibt mir an. Und ich gucke, was ich machen kann. Irgendwann ziehe ich mir eine Kack dabei. Am 1.20 Uhr in Heimatland. Musst du mal schon ins Büro. Alles gut. Alles gut. Aber ich bin da... wieder selber offen. Tachchen. Das ist auch nur einer für Wind-Ether-Quellen. Komm. Ich will diese ekehaften Dinge endlich haben. Ich finde es so furchtbar, hier lang reiten zu müssen. Ich habe mich so ans Fliegen gewöhnt, ne. Das ist echt furchtbar. Ich habe mich so ans Fliegen gewöhnt. Aber ich kann mich so ein bisschen schneller reiten. Man hat mir einfach die Flüge genommen. Das Spiel ist grausam. Die ganze Zeit als die Idee. Wir können jetzt zumindest mit dem Tank oder einem Heiler oder so die ganze Zeit verkürzen. Es wäre super. Es wäre echt... Es würde mir das Leben echt erleichtern. Weil allein für die Innie eben habe ich ja schon halbe Ewigkeit gebraucht. So. Das eine könnte ich jetzt abgeben, ne. Da hinten ist dann wieder was. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall lang genug. Und neun wurde. Ich will ja noch ein bisschen was schaffen. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich es vielleicht als Endwalker schaffe. Dass es rauskommt. Ich glaube zwar noch nicht ganz dran, aber... Die Wetten von einigen sind gesetzt. Wasserklägen gibt es auf Wunsch ohne Bedarf. In erster Linie spannend ist es, ohne zu probieren. Also manche kriege ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut hin. Bei anderen dann wiederum, da sitze ich da immer noch und denke mir so, okay, warte, was muss ich machen? Wie funktioniert das jetzt am besten? Locker. Also einige haben auf Ende Februar geschätzt. Aber auch nur, weil ich wegen jeder Kleinigkeit stehen bleibe. Was ich aber nicht tun würde, wenn man mir nicht die ganz coolen Sachen zeigen würde. Wie Rüstung, Waffen, Pets, Mounds. Wenn man die mir einfach nicht zeigen würde, wäre das super. Aber ich finde es trotzdem so toll. Ich war ja eh schon wieder Klötchen. Ja, bei ihr mir schon wieder... Das wird teuer, Geld. Du Wiesel. Ich konnte es nicht lassen. Ich, ich... Ich konnte es nicht lassen. Ich brauchte es. Einfach machen und erst, wenn man stirbt, nachfragen. Das Problem ist, ich frage sowieso nicht nach. Das ist so. Und das hier habe ich übrigens auch noch gekauft. Das hier habe ich auch noch gekauft. Weil ihr unbedingt habt es heute. Selbst erklärend, wenn man schon mal als MMO gespielt hat. Ja, manches. Aber ich glaube, FF14 ist neben Fiesta Online damals das einzige MMO, was ich wirklich mal gespielt habe und einen höheren Charakter hatte. Bei Fiesta bin ich bis 60 gekommen damals. Na gut, was heißt damals? Das war ein, zwei Jahren. Und hier ja jetzt auch 61. Das ist schon für mich sehr bewundernswert. Na gut, hier in dem Charakter steckt aber auch Geld drin. Den würde ich so schnell nicht löschen. Da komme ich nicht hoch. Wenn wir nicht unbedingt in die harten Modus der Primae machen. In den aktuellen Contents. Bei mir ist es halt einfach machen. Manches kriege ich tatsächlich alleine ganz gut hin. Ich bin bald eingeholt mit dem Level. Echt? Habe ich das? Also groß kann der Vorsprung dann nicht sein. Wir sind sowieso nur so ein paar 40 fest auseinander, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt die letzten zwei Tage, die letzten zwei Tage gespielt hast. Täusch gibt es in jedem Dungeon abhängig von 65 Endpads. Viel Spaß damit. Hm? Hm? Ich habe so die einen oder anderen Leute, die mit mir farmen gehen wollen. Was halt wollen. Ich sehe, sie wurden dazu genötigt. So. Einmal. Zweimal. Die brauche ich. Drei Stück nur noch. Die andere weiß ich nicht, wie ich hier rankomme. Die wird locker irgendwo da sein. Ich nehme an, die andere ist... Das andere Ding ist hier. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie ich da hinkomme. Das ist auch noch so ein Ding. Gar nicht so arg viel mehr. Hm. Also beim letzten Mal waren wir, glaube ich, da war ich fünf Quests vor dir. Ich frage mich echt, wo das andere hier sein soll. Warte mal. Hm? Komm ich hier irgendwo hoch? Da komme ich hoch. Oho. Ich bin rein und prügelt halt mal eben so durch vier Leuten innerhalb von 90 Sekunden für das Mord. Nett. Also ich möchte gerne die Pferdchen haben. Und die Wölfe. Wird lustig. So. Teichchen. Ich habe dich gefunden. Ja, du hast die eine Wind-Eder-Quelle für mich. Ich weiß es. Ne. Das ist sowas. Karte. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Jetzt habe ich es doch. Bin ich hier unterstrichen? Ich glaube ja nicht, oder? Hm. Da muss ich hin. Oh, ich liebe diese Musik. Die muss Teil 6 unbedingt spielen. Nur bei den Experten komme ich. Der Stufe 70. Die 80er ist deutlich anstrengender. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Oh, hallo. Oh, seid ihr süß. Oh, ich will euch haben. Oh. Oh, meine kleinen Drachi. Nö, ich will nicht. Oh, okay. Hm. Wofür dazu? Äh, nein. Nicht mein eigener Drachi. Oh, noch einmal. Lass mir grad... Lass mir das mitgeben. Lass mir grad wieder was ein. Nein, das nicht. Nein, das auch nicht. Wir hören wieder nichts. Der Kimmix, danach bin ich auch in 30 Minuten mal am Reiseziel. Oh, sehr schön. Das bessere Internet wartet. Nein, nicht fortstecken. So, und jetzt das letztes Drachi. Oh, und jetzt das letzte Drachi. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad haben. Ja, ich weiß, das geht so. Ich will nur diesen einen mit Edel-Dinges-Gedulds haben. Ich denke, den habe ich alles gut. Da fühlen wir nur noch zwei. Was tut da rein? Töchchen! Ja, das ist gut. So, hier sind es wirklich nur noch zwei. Den einen kriege ich durch die eine Quest. Oh Gott. Autsch. Da ist der Ausgang. Da da da. Da da da. Ja hier. Jep. 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 Jep 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 jep. Jep. Die oft warten. Was ist das hier? Ach ja, wie soll ich da jetzt hinkommen? Das ist hier, wenn ich heute wirklich, wirklich dufte. Ja, so. Und dieser wird nur von Fallschaden, weil der irgendwo getoppt. Das stimmt. Das stimmt. So, und wie um alles in der Welt? Komme ich da jetzt hoch? Oder muss ich noch weiter hoch und komme dann da irgendwie rüber? Ach. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin nur so unwissend hier. Wir gehen einfach nach. Mal gucken einfach. Jetzt werden wir sehen, was passiert. Wird wir Drehwurm kriegen? Ich glaube, wir kriegen einen Drehwurm. Ganz ehrlich, müsste ich diese Treppen laufen. Ich würde schon auf der Hilfe kaputt gehen. Oben gibt es eine Brücke. Oh Gott sei Dank. Hallöchen. Ja, und Brotrache. Oh, eine Brücke. Geil. Ah, nicht runterfallen. Guck. Alles du, dass ich. Frechen. Alter, ich würde kaputt gehen. Not West. Lass mich raten. Wie geht das bei diesem Weg hier? Der sieht spannend aus. Na, muss ich an Schokobo. Ja, Gott sei Dank. Alter. So, jetzt meldet sich die Höhenangst. Würde sie sich in echt melden. Gut. Ich würde durchdrehen. Gut. Einfach in die Ferne gucken. Einfach in die Ferne gucken. Eieieiei. Schick. 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 Legt mir jemand Baumstimme in den Weg. So, und den Fuß jetzt, äh, den Weg jetzt hochwandern. Also, ich wäre schlank, wenn ich oben ankomme. Nein. Aus. Ich gucke dir nur... Ah! Oh. Das war so. Das war geplant. Das war geplant? Hoppla. Wer mich das Internet nicht lässt. Oh je. Ja, klar. Man darf noch nicht mal runterspringen. Das ist Mobbing. Ich wollte auch nur erkunden, Mann. Ernsthaft? Ernsthaft? Das hat man von seinem Erkundungssinn. Oder war da oben irgendwas, was ich übersehen habe? Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee. Das wäre immer noch zu weit. Okay. Hin und wieder zurück. Richter in Aldaria und dir das Schokobus. Kann ich hier wieder... Nee. Natürlich nicht. Jetzt fehlt es, ob ich mich hier festpacke. Ja, da komme ich wieder runter. Gut. Dann gehen wir den anderen Weg. Ach, okay. Ich wollte doch nur eine Aussicht genießen. Nee, die tat uns lieber eher. Ich wollte doch nur gucken, was oben ist. Ich dachte vielleicht... wäre das der schönere Weg. Man könnte... Seid ihr hässlich. Ich wollte doch nicht so eine böse Höhle sehen. Er mag schon Höhlen. Ich muss echt nach der ganzen Hilfe... Ich muss echt nach der ganzen Hilfe... Ja gut, da komme ich auch nie weiter. Ja. Ja, ich um Karten lesen. Ich weiß es. Ich weiß es nicht, warum ich weitergekommen. Ja, schön hier. Geil. Ähm... Mal zurück. Kann ich da irgendwas übersehen? Nee, nicht so wirklich, ne? Ich bin gespannt. Rein theoretisch stehen ja hier lang, aber... diese Brücke... Eine zweite Brücke eventuell. Okay. Guck mal einfach mal. Kann ich mich einfach in den Tod stürzen? Den Weg, den man nicht findet Unten wäre noch einer Ganz unten Ich stelle mir nicht vor, man hätte noch kein Reittier Die Reitschwierigkeit noch nicht Man müsste das Papier das zu Fuß machen Lust der Weg da unten Ich riskiere es nicht Ich riskiere es lieber nicht Ich kenne mein Glück Also die anderen sind so schnell immer an eure Stelle Und ich, ich brauche Jahre Also da hat es mir oben besser gefallen Ich dachte nur ich hätte jetzt Das ist das Problem Ich lasse dich ein bisschen laufen Sehr lieb von dir, danke Ich bin jetzt in der Abkürzung Jetzt erst geschafft Uh, bin in der Quelle Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie Meine, meine Erschi Batch Ja, jetzt brauche ich dann ja nur noch die letzte da Sehr schön Ja, nee, das Der Ort hier gefällt mir nicht Ich will hier wieder weg Uh, die Stein war so Dungeon, Dungeon nicht gut Dungeon scheiße Dungeon, nee, nee Nee, ich will nicht Na, nein Nee, bitte nicht Nein, 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 nein Aus Aus, ich weiß, was das bedeutet Ich weiß ganz genau, was das hier bedeutet Ich habe nein gesagt Ich habe nein gesagt Ich habe nein gesagt Nein Die Gnad haben sich in der Tat zurückgezogen Meine kleinen Freunde Und wie versprochen werde ich euch den Zugang zum Somal öffnen Schau mir in die Augen, Kleines Du hast halt gewarnt Seit tausend Jahren hat kein Sterblicher den Berg mehr betreten Uns Drachen ist er heilig Die letzte Ruhestätte Nithok und seine Schar werden es nicht dulden, dass ihr ihn abklimmt Ihr seid dort nicht erwünscht Vergesst das nicht Hab Dank Wir dürfen ihr Und passt auf das Auge des Azurdrachenreiters Und passt auf, dass euch das Auge des Azurdrachenreiters euch nicht in den Abgrund führt Tschüss Bye bye, hi Was soll das heißen? Los jetzt Der Weg ist frei Worauf warten wir noch? Wir dürfen nichts überstürzen Du hast wieder auf Nithok gehört Ein ganzes Heer feindlicher Drachen erwartet uns Ein voran das Drachenweibchen Jo man Die ist extrem mächtig und gefährlich Also nimm den Besen mit Oh man Die Gefährtin von Nithok? Meine Lanze kann das kaum erwarten Schon tausend Jahre kann ich Ob er gemacht Ich bin doch nicht zum Saubermachen gekommen Also das kann hier unser super doller Drachenreiter machen Wir sind auf diplomatischer Mission Vergiss das nicht Ich glaub das hat er schon Vergessen als wir auf die Reise gegangen sind Wir sind hier um Heswilgar zu reden Nicht mit Kioman Mein oberstes Ziel ist der Schutz von Ischgard Wer diesem Ziel im Weg steht Wird eliminiert Wenn ich meinen Erzfreund Da mit einem Stich in sein schwarzes Herz versetzen kann Umso besser Wenn wir uns hier weiter streiten Kommen wir nie bis Heswilgar Oder wie auch immer man ihn aussprechen mag Wir müssen diesen Berg erklimmen Wir kämpfen nur wenn es absolut unvermeidlich ist Ist das klar? Naja Captain Ich bin mir bei ihm da nicht ganz so sicher Ja es ist die Frage Wie lange dauert das ganze Ding? Ich will nicht Was ist das eigentlich leuchten? Was ist das da? Was ist das da? Sieht cool aus Gut bevor ich da reingehe Werde ich aufs Klo gehen Weiß das Wie der währenddessen bist du Wo ist der Dreck? Oh da Gott ich will nicht So wie gesagt Ich bin einmal ganz kurz aufs Klo Kann man mir bewegen Denn Jetzt da rein In die Höhle der Drachen Quasi Berg der Drachen Das Gebiet der Drachen Wie auch immer Also Bis gleich Bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020